Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Und zwar veranstaltet mein geschätzter Kollege Marc, der auf seinem Kanal MrFist2 inzwischen fast 100 Abonnenten erreicht hat, aus genau diesem Zweck einen Communityabend. Dieser findet am Samstag, den 23.8. um 19 Uhr statt, wenn ich mich auf Twitch bestreent und dieses Mal ganz wichtig, ihr könnt mitspielen und zwar spielen wir CSGO, also Counter-Strike Global Offensive im Multiplayer mit verschiedenen Teams und dazu hat Marc schon ein kleines Infovideo gemacht, das verlinke ich jetzt einfach mal hier in der Beschreibung, erster Link in der Beschreibung und ich bin auch da, deshalb mache ich dieses Ankündigungsvideo und ihr könnt natürlich gerne alle mitspielen. Einzige was ihr machen müsst, ist einfach auf den TS kommen, Counter-Strike Global Offensive besitzen, ja und das war's auch schon eigentlich. Also ich hoffe ihr seid alle dabei und wir sehen uns dann am Samstag, bis dahin, ciao ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!